Schweinig gesehen ist das Leben überhaupt nicht schön. Wir stehen hier im Schweinestall am Krog und stehen zur Hälfte im Kron. Der Bauer füttert uns rund um Zentrum, wandern, werden wir geschlachtet. Mein Schweinebauch, nachdem er zubereitet wurde, wird dann geachtet. Hat auch der gemeine Mensch mich geschlachtet? Ja, was soll ich sagen, in der Nahrungskette stehen wir mit dem Ritter an der Verstelle. Ich bin das Oberschweibad im Schlamm und Dreck, weil ich ja weiß, dass ich für die Menschheit so eine Durst verreckt. Schweinig gesehen ist das Leben überhaupt nicht schön. Ich bin Entschuldigung, ich muss jetzt nur langsam zum Schlagbaum gehen. Nicht, weil die anderen Schweine tun nicht falsch stehen, weil jeder denkt an sein eigenes Leben. Die Menschen grillen unter anderem, mein Muskelfleisch, das schmeckt ihnen auch gleich. Dafür gab ich nun mein Leben, damit der Mensch keinen Hunger hat eben. Schweinig gesehen ist das Leben überhaupt nicht schön. Ich bin das Oberschwein und lasse mich umfangs schlachten, so muss das wohl sein. Was ist schon ein Schweineleben wert, wenn der Mensch Hunger hat und nach mehr bekehrt? Nicht jeder Mensch ist gleich, es gibt welche, die essen überhaupt kein Fleisch. Die sind sogar lieb zu mir, denn Oberschwein muss die Menschheit nicht eigentlich sein. Schweinig gesehen ist das Leben überhaupt nicht schön.